ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge russian fishing 4 mit dem underwater frank ihr habt euch oder einige von euch haben sich gewünscht dass ich mal einen reinen grund feder also ein grund angel guide mache wo es wirklich nur ums grundangeln geht weil ich sag mal gerade für den anfang macht halt grundangeln also grundfischen finde ich jetzt persönlich am meisten sinn man macht da kontinuierlich sein silber sei es am anfang auf die kaulbarsche später auf die prassen und dann später auf die karpfen und zum ende denn auf die störe und so weiter und auch wildkarpfen und sowas was es da nicht alles gibt und da würde ich jetzt auf jeden fall euch noch mal zeigen also wir starten ja mit einer federroute federroute müsste jetzt nicht unbedingt skillen aber ihr habt ja zum beispiel auch einmal kostenlos reset wenn jetzt neu im spiel seid einen kostenlosen reset offen und könnt damit wenn ihr wollt die federroute skillen und dann später verlieren weil später geht es dann halt auf die karpfenroute da brauchte die federroute nicht mehr so unbedingt was ihr es gehen könnt wie gesagt es erhöht halt klein wenig die chance auf drauf ist und auf größere seltenere fische ist halt hier die verwendung der einfachen grundmontage später habe ich hier dann zum beispiel schlaufen montage geskillt die stationäre rolle könnt ihr es gehen damit könnt ihr halt ein bisschen weiter auswerfen seht ihr hier wurfweite wurfgenauigkeit plus 15 prozent dieser plus 25 prozent hier noch mal die chance mit höhe also ein bisschen höhere chance eine trophäe zu fangen bei der federroute wäre es halt zum beispiel die fischkontrolle die wurfweite und die wurfgenauigkeit also ihr könnt ruhig am anfang skillen wenn ihr noch diesen reset der müsste hier irgendwo stehen bei euch wenn ihr diesen reset noch offen habt ja ein paar der nostra montage müsst ihr nicht unbedingt skillen klassische haar montage das könnt ihr auf jeden fall skillen aber das macht halt auch ja also karpfen würde ich halt sagen karpfen braucht man schon ein bisschen besseres equipment also zumindest eine fortuna feder und eine alpha oder oder gold rolle oder hsv denn ich zeige euch mal was ich jetzt am anfang kaufen würde wenn ich jetzt level eins wäre also entweder das also level eins also sag ich mal direkt halt als anfänger entweder halt das feder starter set da habt ihr hier die kammer komfortrinne mit sechs kilo ihr habt eine lazer die mit 3,8 ihr habt eine 4,8 kilo mono schnur die auch schon ein bisschen weniger scheuchwirkung hat weil die höchste scheuchwirkung hat immer geflochtene schnur ist aber das ist das gute bei der geflochten die dünnste schnur also da kriegt ihr am meisten schnur halt auf die rolle dann ist hier noch ein wirbelblei mit bei 30 gramm und ja ein sag ich mal nicht so tolle haken ihr seht schon eineinhalb sterne also da kann man auch mal einen besseren haken irgendwann sich gönnen gerade wenn ihr jetzt viel auf brasse denn her seid weil ihr damit skillen wollt bis ihr dann mal irgendwann die hsv und die fortuna karp hat bis ihr dann quasi auf karpfen geht sollte vielleicht den haken noch mal tauschen also sie können bei brasse könnte ruhig bis s4 sogar bis es ein sehr haken gehen ich kann euch das mal zeigen ich wollte euch aber erst mal noch mal eine andere angelroute zeigen wenn ihr hier zum beispiel auf die federrouten geht ihr könnt wenn ihr ein bisschen geld sparen wollt und die wollte ja so schnell wie möglich drei grund routen haben könnt ihr auch die sorento kaufen also da reicht zum beispiel auch hier die hunderte also ihr müsst jetzt hier nicht die 130 die ist halt ein bisschen länger könnt ihr ein bisschen weiter mit auswerfen da sieht die 4,2 meter anstatt 3,2 aber ich sag mal für brasse und so müsst ihr eh nicht so weit auswerfen aber es gibt nachher noch was anderes was ich euch noch erzählen wollte da wäre vielleicht das auswerfen vielleicht auch nicht schlecht hängt aber auch immer damit zusammen was ihr hier für ein wirbelblei ran macht ich guck mal gerade die sorento also hier ist einmal die kammer komfort das ist quasi das starter set mit der lazerti ihr habt ihr hier zum beispiel bei einer 120 meter schnur 168 auf der rolle aber ihr habt natürlich nur 120 meter aber wenn ihr hier zum beispiel eine geflochtene schnur aufmachen würdet kann ich euch mal zeigen wenn ihr hier die geflochten darauf macht zum beispiel hier die meinetwegen oder jetzt hier die 5,4 dann seid ihr hier schon habt ihr hier schon über 400 also habt ihr 450 meter schon mal mindestens drauf ist natürlich ein bisschen teurer und dann könnt ihr hier bis anzeige ich empfehle immer die kuhglocke aber müsst ihr halt selber wissen das ist natürlich jeder standard bis anzeige ich finde den halt ein bisschen nervig für den hier ganz angenehm vom sound habt ihr hier 30 gramm drauf und dann ist halt wichtig wenn ihr zum beispiel jetzt wirklich länger auf brasse gehen wollt oder auf bachsaibling am koori oder auf quappe empfiehlt sich das natürlich hier so ein fluro vorfach zu nehmen weil jetzt habt ihr zum beispiel geflochtene schnur drauf dadurch habt ihr natürlich ordentlich meter darauf und dann aber geflochten hat hat die höchste scheuchwirkung mono halt mittel und fluro halt die geringste scheuchwirkung und deswegen würde ich halt immerhin fluorocarbon vorfach rauf machen für brasse denn hier zum beispiel können wir auch gleich noch mal die haken durchgehen zum beispiel ja sag ich mal ein s2er haken ihr könnt aber wie gesagt auch ein s1er nehmen habe ich jetzt gerade nicht hier zum beispiel den haken und dann könnt ihr hier mit brasse entweder erbsenbrei ging früher auch mal ganz gut knoblauchteig per graupenbrei oder quarkteig da müsst ihr halt immer in rekorde gucken was gerade aktuell läuft oder halt mal die discords durchschauen discord kann ich euch sowieso empfehlen entweder den discord von feierabend der macht sehr viel für anfänger oder halt mein discord oder andere streamer wo ihr halt bock drauf habt wenn die das bots rein posten gerade auch für anfänger und ich kann euch sowieso empfehlen dass ihr hier zum beispiel das meeresangeln vielleicht erst ab level 20 macht weil ansonsten verpasst ihr hier diese ganzen anfänger tipps und diese ja also ihr kriegt da hier bis level 11 also bis einschließlich level 11 kriegt ihr ja geschenke und ein paar tipps und sowas alles ne also gerade am moskitosee kann ich euch empfehlen wenn ihr hier anfangt das könnt ihr auch am anfang noch mit stippe machen wenn ihr die grundangeln die federruten noch nicht zusammen habt dann geht ihr hier zum beispiel hin hier in diese ecke hier wo der baum steht einfach neben den baum stellen hier und dann könnt ihr hier an der stelle sehr gut kaulbarsche auch über die nacht fangen und tagsüber halt auch giebelkarausche rotauge sehr schöne stelle könnt ihr euch mit einer grundrute oder zwei stippen je nachdem was ihr gerade habt könnt ihr hier erstmal ein bisschen hoch leveln und dann euch die drei grundangeln holen die federruten entweder die sorrento wenn ihr ein bisschen sparen wollt oder halt das weder start der set da seid ihr halt ein bisschen habt ihr ein bisschen luft weil ich kann euch das gleich nochmal erklären wir gehen jetzt noch mal zum shop zurück die map könnt ihr euch auf jeden fall auch kaufen wo ist sie hier die map war ein frischmarkt lebensmittel geschäft jetzt ruhig gerade die verwaltung war die nicht hier hier ist der werkzeugladen dass die verwaltung eine die verwaltung ist hier über die brücke genau die ist da oben hier ist die verwaltung da könnt ihr euch auch immer noch glaube ich immer noch regenwürmer abholen können wir mal kurz gucken wenn ihr keine köder mehr habt ihr könnt auch mit regenwurm sehr gut am anfang angeln könnt ihr euch hier das posen angel ersatz kit holen dann habt ihr gleich schon mal eine stippe noch mal oder halt das spinning ersatz kit und beim posen angeln ersatz gilt wir können das ja mal nehmen jetzt muss ich mal gucken wo ist das sieht man jetzt nicht aber er hat mir jetzt auf jeden fall eine bambusstippe glaube ich gegeben wenn mich das nicht täuscht die müsste ich gerade bekommen haben und ihr müsstet normalerweise auch ein paar regenwürmer bekommen haben das könnt ihr einmal die stunde machen so wir gehen noch mal zurück zum anglgeschäft ich zeige euch das noch mal mit der fluo schnur und wie das genau was was ihr da genau beachten müsst wie die route aufgebaut werden muss also das pdr starter set zum beispiel ist schon ganz gut aufgebaut weil die route hat sechs kilogramm also die route sollte immer das stärkste glied in der montage sein dann die rolle mit 3,8 da könnt ihr aber auch mit dem vorfach bisschen drüber gehen das ist jetzt nicht so schlimm weil die rollen haben zum beispiel meine getriebelast also wie maximal belastbar sind da könnte ruhig über die rolle gehen habt ihr hier eine 4,8 kilo schnur und jetzt müssen wir halt gucken wegen dem wegen dem fluo vorfach dafür gehen wir hier auf rekomponenten federvor fächer und dann habt ihr hier fluorocarbon da habt ihr hier zum beispiel entweder 5,4 kilo oder 3,2 da müsst ihr halt ein bisschen das ist halt am anfang ein bisschen schwierig das genau so anzupassen dass es halt am effektivsten ist weil die routen halt nicht so viel tragkraft haben aber hier kann ich euch vielleicht das 3,2 empfehlen 25 cm ich guck mal was es hier noch gibt ja hier ist es hier das 4,4 er wäre eigentlich ideal ist aber gerade ausverkauft das problem werdet ihr am anfang öfter mal haben dass sachen ausverkauft sind da könnt ihr halt nur am anderen gewässern gucken es ist auch unregelmäßig waren diese sachen wieder aufgefüllt werden hier das viel viel der vorfach ist halt sehr sehr gut das fluorocarbon viereinhalb sterne das wäre halt ideal mit 4,4 auf dem feder starter set das hier ist schon wieder zu groß das geht hier ab 9,7 erst los das ist halt für später und dann müsst ihr auch mal gucken welches level wenn ihr jetzt hier zum beispiel 4,4 das geht halt erst ab level 14 also gucken wir hier noch mal meinetwegen das ist halt ab level 8 also wenn ihr zum beispiel mal auf brasse gehen wollt eins von den beiden denn das hier ist halt schon wieder ein bisschen zu groß also würde ich euch eher das 3,2 er empfehlen weil am anfang könnt ihr jetzt floroförfächer noch nicht herstellen dafür braucht ihr später für die vorfächer jetzt hier zum beispiel federruten vorfächer braucht ihr halt die kombi zange die kostet halt auch noch mal ein paar silber deswegen lieber erst mal die vorfächer aus dem shop nehmen bei den vorfächern ist das halt so bei den federruten vorfächern sage ich mal so also ab 30 cm ist die scheuchwirkung schon okay also könnt 30 cm nehmen für karpfen zum beispiel habe ich dann immer schon die 60 cm aber die geflochtenen vorfächer dann dazu kommen wir später noch mal oder in der nächsten folge 60 cm halt die geringste scheuchwirkung macht jetzt aber am anfang erst mal nicht so viel sinn also ich würde so 30 cm wenn ihr die selber herstellt und dann müsst ihr hier aus der floroschnur ich habe jetzt hier zum beispiel floroschnur jemand wegen 4,4 was er jetzt ideal wäre und dann braucht ihr noch ein wirbel dazu da sind die jetzt alle ein bisschen größer ihr könnt auch ruhig ein größere nehmen aber ihr könnt auch kleinere nehmen also wenn man jetzt hier zum beispiel am angelgeschäft guckt und könnt ihr hier glaube bei zubehör müsste das sein genau hier sind die wirbel ich sag mal die einfachen reichen ja erst mal und dann geht ihr hier 4,8 tag und dann stellt ihr jetzt hier wie gesagt die braucht dafür halt die kombi zange aber ich wollte euch das einmal mal kurz erklären habt ihr 4,8 so da das vorfach jetzt 4,4 ist der wirbel ist drüber ist halt so das vorfach 4,4 wenn der wirbel jetzt runter wäre dann wäre es halt weniger als die schnur also das ist halt immer mal zu beachten ich stelle das jetzt mal nicht her weil sonst startet hier meine happy hour wo eigentlich eigentlich egal kommen wir stellen das mal an die vorfächer starten keine happy hour okay das schon mal hatte ich letztes mal auch schon da genau 4,4 so jetzt gehen wir mal rauf jetzt gehen wir auf die kammer komfort bei der sorrento wäre das jetzt alles schon wieder zu stark das kann ich euch aber auch gleich noch mal zeigen hier könnt ihr später auch ein futterkorb ran machen wenn ihr jetzt futtermischung rein machen wollt für brasse später interessant auf jeden fall die futtermischung da gibt es auch prassen futter zeige ich euch später auch noch mal jetzt habt ihr hier zum beispiel die fluoro vorfächer haben wir jetzt hier 4,4 habe ich jetzt nicht hier 30 damit habe ich gemacht genau das müsste das sein hier wie gesagt einen besseren haken verwenden wenn ihr zum beispiel auf brasse sei also für kaul barsch klar für kaul barsch könnte ruhig erst 19 s 20 happy hooks sind zum beispiel auch anfangs gute haken die sind auch ein bisschen stärker machen wir jetzt mal hier zum beispiel für kaul barsch zum beispiel und dann halt regenwurm ran und wie gesagt für brasse halt ein bisschen größeren haken ihr könnt wie gesagt bei brasse wirklich bis s 1 gehen und dann hier halt wenn wir zum beispiel mal knoblauchteig das geht immer mal wieder und wenn ihr jetzt hier futtermischung machen wollten das kann ich euch auch noch mal zeigen dann müsst ihr hier halt einen kleinen futterkorb drauf machen am anfang können wir mal die futterkörbe noch mal durch gucken für brasse da muss ich mal schauen futterkörbe klassische futter körbe das sind hier halt schon die besseren das sind diese getarnten futterkörbe die wessel mesh futterkörbe da reicht auch zum beispiel 20 30 gramm könnt ihr eine portion rein machen aber wenn ihr am anfang ein bisschen geld sparen wollt die sind jetzt hier wir haben gar keine level beschränkung die haben haben die eine level beschränkung level 12 und die haben hier was haben die haben keine level beschränkung also die könnt ihr am anfang mal nehmen oder später denn die ist aber schon bisschen größer hier wieder gesagt 50 gramm und ab level 5 dieser brasse ist sowieso erst interessant ab level 12 ab der festung ja und dann macht ihr hier quasi den futterkorb drauf ich zeige euch das hier nochmal so futterkorb und mich jetzt einfach mal gehen und dann könnt ihr hier diese brassen mische herstellen das kann ich euch auch noch mal zeigen die ist schon eine fertige mische hier zum beispiel die portion habe ich noch so dass wir jetzt zum beispiel ganz gutes brassen setup ja also die glocke wie gesagt könnt ihr anpassen wenn ihr ein bisschen geld über habt könnt euch vielleicht die kuhglocke die ist ein bisschen angenehmer eine schnur wie gesagt 120 meter für brasse reicht das aber manchmal gerade an der festung gehen dann auch mal schuppenkarpfen rein eine ganz doll pech habt vielleicht auch mal amour aber ansonsten die schuppenkarpfen machen schon extrem terror deswegen hier vielleicht ein bisschen mehr mit der stadt mal 120 meter ist jetzt nicht wenig aber wenn ihr dann irgendwann mal aufrüsten wollt wie gesagt ist muss ja gucken wie euch das preislich halt ist ne weil die hier zum beispiel da habt ihr halt eine unendlich meter schnur drauf quasi die kostet aber und wir können ja mal gucken angelschnüre geflochten würde ich halt nehmen weil ihr da halt mehr meter habt da geht am anfang zum beispiel die koste auch schon 120 silber ich guck gerade mal was kann man hier die heavy braid green gucken wir die einfach mal mit ja da ist fünf kilo schon wieder ausverkauft das hat immer das problem und man gibt es ja noch eine andere die hier vielleicht fünf kilo da sind wir auf jeden fall noch unter der route das passt jetzt kommen wir wie viel meter wieder drauf bekommen weil ich ziehe mir die mal wenn die u gedrückt haltet könnt ihr die route hier rein ziehen ich gucke gerade mal wo ist die kammer kommt vor jetzt muss sie hier unten irgendwo sein ich glaube die haben wir equipped mit dem plüro vorfach gucken wir mal an jetzt brauchen noch die zwei drücken dann v und dann seid ihr hier in der montage jetzt gucken wir uns mal die schnur an hier die geflochten war das jetzt das waren geflochten aber das ist jetzt hier die mono variante genau und die geflochten 5 kilo immer noch gut also immer noch super 350 meter da seid ihr jetzt noch im rahmen die route hat jetzt sechs kilo die schnur fünf kilo das vorfahr 4,4 alles bestens der haken das ist nämlich auch das ding mit den haken da gehen wir noch mal rein klassische haken seht halt immer hier von der qualität ein stern eineinhalb sterne also das einmal ist es dafür ist der haken dafür zuständig wie gut ihr den fisch hakt damit er auch nicht ausschlitzt und damit ihr auch besser den fisch hakt und in demzufolge dann halt auch mehr bis ihr habt und die fische besser landen könnt und später geht zeitlos hier der wird halt interessant der happyhook eine happyhook zum beispiel könnte hier auch gleich ein s3 s2 für brasse für für kaul barsch bleibt jetzt hier also s20 wäre gut aber könnt dann auch s19 nehmen dann habt ihr hier den happyhook wie gesagt er hat dreieinhalb sterne später gibt es noch den besseren happyhook den cl12 der hat auch noch mal dreieinhalb sterne auch ein sehr guter haken und richtig gute haken gehen dann später hier ab rage series los die sind halt super die sind auch super belastbar weil die haken haben auch eine belastbarkeit also wenn ihr jetzt wahrscheinlich auf dem s20er haken zehn kilo karpfen drauf habt jetzt zum beispiel wird es halt schwierig weil dann könnt ihr die bremse nicht so hoch machen sonst bricht halt der haken also der haken würde immer brechen wenn die spannung hier unten an den rand geht ja also dann würde der haken brechen dann würde das vorfach reißen ne zum beispiel jetzt also der haken ist meinetwegen das spästetglied bricht der haken vorfach spästetglied reißt halt das vorfach ne ansonsten die schnur wenn ihr dann sag ich mal schon ein bisschen besseres equipment habt aber immer noch hier die lazerte drauf habt ihr hat halt auch nicht so eine hohe belastbarkeit dann würde die rolle kaputt gehen das seht ihr dann hier gebrochene ruten gefekte angel rollen würde dann hier dazu kommen und die angel rolle ist halt sehr teuer zum reparieren wäre nicht so gut für einen anfangen solltet ihr nicht machen deswegen die bremse immer erst mal ein bisschen runter machen hier vielleicht auf 10 9 vielleicht noch ein bisschen niedriger bremse mit dem maus hat erstmal ein bisschen runter und dann im drill hoch machen und wenn ihr dann den powerbiken seht geht am besten vielleicht minimal in den roten bereich bleibt am besten außerhalb des roten bereichs und wenn ihr jetzt hier zum beispiel mit der schnur mit der schnur über die route gehen würde also über die rolle könnt ihr gehen aber nicht über die route wenn das vorfach und die schnur über der route wären dann kann es halt auch passieren dass die route bricht das könnt ihr nicht mehr reparieren wenn die route einmal defekt ist der blank hier das könnte nicht reparieren ihr könnt hier nur die schnurlaufringe bei der route machen und dann auch noch mal kann ich euch jetzt auch noch mal schnell sagen thema reparatur ja also schnurlaufringe braucht ihr am anfang erstmal nicht darauf achten also die routen benutzt ihr später wahrscheinlich eh nicht mehr und ihr habt nachher eh anderes equipment hier braucht ihr euch nicht um kümmern blank wie gesagt könnt ihr nicht reparieren so bei der rolle bei der rolle das getriebe ist natürlich die getriebelast ja ich weiß jetzt nicht genau wie stark die lazerti 2 ist sagen wir mal vielleicht sechs sieben kilo oder acht kilo wenn ihr jetzt zum beispiel die lazerti hat jetzt acht kilo ist jetzt 50 prozent verschlüssen hat sie nur noch eine getriebelast von vier kilo das heißt quasi wir wären ja dann mit dem vorfach drüber das heißt die rolle könnte kaputt gehen also da müsst ihr immer mal ein bisschen achten es gibt auch tabellen zum beispiel wenn ihr bei google r4 sheet also s h e e t eingibt dann kommt ihr auf so eine seite wo ihr auch die getriebelast der rollen durchgucken könnt und da müsst ihr dann quasi auf der seite auch real sheet gehen also real ist quasi die rolle kugellager das könnt ihr zwischendurch reparieren könnt ihr euch auch ein bisschen zeit lassen ist jetzt nicht so teuer getriebe und spule ist halt das teuerste kugellager bremse und schmierung ist vom preis ok schmierung könnt ihr immer machen wenn ihr bremse und kugellager macht also da aber wie gesagt bremse klar die bremse hat jetzt hier eine last von oder eine bremskraft von 3,8 ja da könnt ihr wirklich dann schon so bei 20 prozent die bremse machen kugellager könnt ihr dann auch bei 20 machen und schwierung könnte eigentlich immer machen aber wie gesagt die rollen ihr werdet ihr werdet am anfang viel neues zeug kaufen und bis ihr dann soweit seid dass das ihr jetzt mal reparieren müsst habt ihr vielleicht schon neues equipment also lieber ein bisschen weniger reparieren und bisschen silber sparen weil das selber ist am anfang so wichtig ja wenn man jetzt mal guckt meinetwegen das ist jetzt das anfangs ding wie gesagt ich mache noch mehr folgen hier dazu das ist jetzt einfach nur um das start der set zu zeigen oder wie gesagt was ich euch von gezeigt habe ihr könnt ihr auch wenn ihr ein bisschen selber sparen wollt die sorento kaufen die hat aber leider nur 4,6 kilogramm also weniger als die kammer die hat ja die hat ja sechs kilogramm und dazu könnt ihr zum beispiel die rolle nehmen auch sehr günstige rolle die spark könnt ihr auch ruhig hier die die 3000 er nehmen das eine silber ist jetzt nicht so wild und dann habt ihr die 3000 habt ihr ein bisschen mehr mit der schnur drauf weil die halt eine größere spule hat also ein bisschen mehr mit der schnur seht ihr auch hier eine die hier ist ja jetzt das ist hier die dicke wird ja angezeigt 0,2 mm desto dicker die schnur ist desto weniger schnur passt halt drauf das ist immer das entscheidende so und das wäre das set mit der sorento und der spark ich gucke mal gerade ob ich hier noch ein setup ich habe glaube ich von der sorento gerade nichts ich gucke gerade mal kammer kommt vor hier ist auch noch eine kammer kann euch das sei noch mal zusammenstellen das wäre quasi die günstigste alternative um erst mal überhaupt eine federroute zu haben also nehmen wir hier zum beispiel die hunderte aber ich muss jetzt nicht so weit schmeißen spare ich hier noch mal vier silber sondern gehen wir hier noch mal auf die spark so jetzt gucken wir hier noch mal müsste die hier sein die sorento packen wir die spark drauf die 3000 wie gesagt hier dann noch mal die angelschnur ja wenn ihr jetzt am anfang halt keine geflochten habt das ist ja jetzt erst mal nur ein tipp dass ihr mehr mit der schnur drauf bekommt nimmt sie hier irgendeine mono schnur am besten ja 4,8 schon zu stark also müssen wir 3,1 zum beispiel nehmen oder ihr guckt noch mal im shop bei angelschnüre meinetwegen monophil 100 meter ist halt ist halt echt wenig ne also das wird nachher schon ein bisschen teurer aber für den anfang nehmt ihr vielleicht erst mal eine günstige schnur hier 3,9 so warte jetzt muss ich mal kurz die sorento mehr holen so das wäre wie gesagt das andere set kuhglocke ihr könnt ihr müsst jetzt hier auch keine glocke rauf machen ja also ihr könnt auch ohne glocke angeln ihr seht ja wenn die route sich biegt ja also durch immer die andere schnur hier noch mal die monophile 3,9 da sind wir auf jeden fall noch unter der route mit 4,6 oder nimmt jetzt erstmal ein ganz einfaches blei 30 gramm federvorfach wie gesagt ist später halt interessant für die brasse am anfang erst mal nicht so wichtig und dann vielleicht wenn ihr schon habt einen schönen happyhook haken und dann geht ihr erst mal ein bisschen entspannt auf kaulbarsch macht hier regenwurm ran zack fertig ja das wäre jetzt das günstigste equip wenn ihr natürlich noch ein bisschen billigeren haken habt habe ich jetzt hier nicht oder der 16er hier zum beispiel ja das wäre halt das billigste jetzt so ungefähr das wäre jetzt ein billiges setup für den anfang bis ihr dann auf brasse geht dann ein bisschen bisschen wie gesagt ihr gucken auf wegen der schnur wegen dem vorfach und dann halt auch prassen futter das kann ich euch ja auch noch mal zeigen bei futter mischung gibt es hier unten nämlich das sind jetzt meine selbst erstellten gibt es hier brasse brasse braucht ihr per graupe fliegenmade hülse und anis öl wie gesagt wie man futter mischung es gilt da komme ich auch noch mal im nächsten video zu dass wir jetzt hier das standard prassen futter das reicht auch ja für die brasse klar am anfang habt ihr jetzt die futter mischung die angel futter zu breit noch nicht so hoch geskilled ist klar das kommt dann nach und nach hier muss man jetzt erstmal gucken per graupe geht halt ab level 2 anis öl ist halt ab level 3 also ich denke das brassen futter ist dann halt ab level 3 ihr müsst halt immer gucken was sie hier freischaltet also ihr könnt da zwischendurch wenn ihr futter mischung skillen wollt einfach hier ein futterball machen am anfang braucht ihr auch noch keine happy hour oder premium dazu sag mal bis 50 prozent kann man ganz gut ohne premium das machen das geht halt rucki zucki eigentlich ab 50 prozent wäre es halt schon besser oder schlauer günstiger dass in der happy hour machen hier macht jetzt einfach gemahlen der biskuit rein zack ja und den rest lasst ihr frei und stellt halt eure futter mischer her und dann könnt ihr das losgehen gut das sollte erst mal von anfang gewesen sein wie gesagt entweder hier unten mal auf kaul barsch gehen oder mal an an den windenbach gehen da kann ich euch auch noch mal schnell mal ein paar spot zeigen die immer mal wieder funktionieren damit ihr das mal seht jetzt meinetwegen jetzt mit den federrouten wenn ihr die habt könnt ihr entweder hier an der spitze hier in dem bereich mal mit den federrouten an oder hier oben am lagerfeuer da so schilf vorne 118 124 könnt ihr auch mit regenbogen sehr gut angeln wie gesagt die spots wechseln immer durch die spots wechseln unterschiedlich durch also es gibt ja aber wie gesagt mehrere stellen hier gibt es auch noch mal eine stelle da ist hier so eine birke da könnt ihr halt die so übers wasser geht da geht halt auch manchmal ganz gut was für die grundrouten ansonsten hier am lagerfeuer gucken hier an 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 der landzunge da müsst ihr über die brücke rüber gehen und dann da lang also es gibt verschiedene stellen hier könnt ihr auch mal probieren also ja hier habe ich auch schon mal probiert hier so ein geäst und riesenbaumstamm so ein toter baumstamm im wasser da hat man auch schon mal ein bisschen geangelt wie gesagt die spots wechseln durch welcher genau läuft wie gesagt guckt da bitte in die discords bei feierabend oder bei mir oder egal wer jetzt hauptsache ihr kriegt da eure infos wo gerade was geht das soll es erstmal gewesen sein das war jetzt die erste folge des grundfischen guides denn geht es jetzt in den nächsten folgen weiter wo geht es dann weiter mit dem grundfischen an der festung auf brasse später am koori auf bachsaibling quappe dann irgendwann wenn wenn ihr das equipment hat mal zum bärensee oder wenn ihr an der wollschu seid auf die z fische und so weiter so ist erst mal der weg alles klar das sollte erst mal gewesen sein vielen dank fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge und wenn ihr noch irgendwelche fragen habt haute gerne in die kommentare was wollt ihr noch wissen was ist euch wichtig jetzt zum thema grundfischen in diesem video und auch in den nächsten geht es halt erst mal nur ums grundfischen haut gerne in die fragen rein oder kommt zu mir ins discord stellt fragen wir haben da einen großen discord wo links auch in der beschreibung drin unter dem video wohl gerne fragen stellen können wir helfen uns immer gegenseitig alles klar dann bis zum nächsten mal tschüss